Mein Name ist Wolfgang Reul und ich stelle Ihnen das Griffprogramm FSB 1271, entworfen von dem Frankfurter Architekten Jürgen Engel, vor. Lieferbar ist dieser Türdrücker in den Materialien Aluminium und Edelstahl. Durch seine glatte Ansichtsfläche und seine leichte Wölbung auf der Innenseite bekommt der Türdrücker eine besonders angenehme Haptik. Ergänzt wird der Standard-Türdrücker durch Fenstergriffe, durch Fluchttürdrücker, durch die Kombinierbarkeit mit dem Ganzglas-Türbeschlag und einem Rahmentürdrücker.